warte guck mal wo sie sind die sind runter ja aber wo sie sind oh haben wir schon mal auf zu stürmen hat haben bitte die hauen jetzt ab und seit so los sind nicht los das habe ich nicht gesagt aber jetzt ja die sind runter gegangen ja wo und schon sind sie weg schade war nicht mein kind die die ich sehe ich sehe ich sehe ich mache ich was mit habe ich jetzt mit mc guck mir mal zu guck mal wieder rennt kann jemand uns da wiederholen guck mal wieder rennt das richtig schafft ich will nicht in saison das war fehler ich habe mit nebel gekriegt wenn einer das schafft und schafft es gordinius wegen geht über studieren bei mir ist noch eine hilfe bitte kommen sie mir krieg ich deine krone bin so schlecht wir haben hier ein schlubgang bei mir du hast bestimmt schon viele kronen sieger weil ich habe noch gar rein ich habe noch nicht viel er hat nicht für die taugel doch jetzt geht es doch nicht so wir können epischen holen kommen bitte können krone bitte er möchte nicht ist doch egal ist ja nichts wichtiges nur krone loke ich vielleicht eine meine ich habe auch keine krone ich bin grad davon weg und du kommst gerade warum habe ich gerade das medkit geworfen weil ich dumm bin eines hast noch also dass mich lässt mich erstmal medikit nehmen beruhigt doch mal bitte hier hat es der größte mongral 300 hier ist hier oben bei mir das ist schon wieder ein neuer das ist wieder die harley quinn wo das ist eine neue harley quinn ist auch tot möchten sie mir helfen irgendjemand ja super ok wir brauchen keine mehr helfen ich leben wieder ich habe es vergessen auf weiter zu drücken noch vier stunden ne 1 2 3 4 5 6 stunden habe ich vergessen das auf weiter zu drücken ich finde es dann das video eigentlich über den zusammenschritt und das alles macht spaß zu sich das anzugucken ich finde die tipps ein bisschen zu lang ja lang schon aber es sieht einfach daran dass man eine menge konnte und ist aber das kann man sich ja dann auch einteilen selber muss den clip ja nicht mal komplett durchgucken ich habe ich habe gerade angeguckt ja ich meine man muss es ja nicht in einem stück sofort durchgucken man kann ja auch sage ich jetzt mal die ersten vier stunden an einem tag gucken und ich wollte schon einen anderen tag zum beispiel jetzt noch eine musik dazu machen müssen nicht müssen sollen ja mal gucken alles nach und nach muss mir erstmal mit diesem programm noch ein bisschen besser auseinandersetzen damit das noch ein bisschen professioneller immer wenn ein ähnlicher sieg ist dann machst du die länder drücke ich ja auf mein deck hier ein knopf da gibt es eine markierung und dann weiß man immer wo geschnitten werden ach du scheiße ja jetzt wäre natürlich so ein ding gut so ein blöden granat oder sonst irgendwas ach du es eben der das neuer ich mich nicht traurig ach du bist du dumm gordon 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 ich habe ich noch nie gehört und im stream gesehen hör mal da war jetzt also so viel letzter zeit dabei ja und was du vielleicht hat er nicht dabei gewesen ich bin immer dabei naja aber dann müsstest du mit gordon aber auch schon mal gespielt haben ich kann ja nicht bauen wer bist du denn dann spielen wir nächste runde würde ich sagen schauen wir da also das war eine runde ne sagst du ehrlich ich habe 22 kills gemacht ja sauber die waffe braucht jetzt gar nicht ja 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 ich habe keine zeit zum durchgucken ja 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 Ich weiß noch, du hast mir sogar noch einen Tipp gegeben, wie man richtig auf Maus und Tastatur spielt, ne? Der wird jetzt geröstet. Klipp das, klipp das! Hast du? Ja, ich habe schon mal zumindest die Markierung gesetzt. Mein Gott! Geil, Alter! Du nö! War doch nice die Idee oder nicht? Was denn? Mit den Glühwürmchen. Ja. Die Idee hat zur Folge gebracht oder nicht? So hin? So'n gut drauf. Ich hab keinen abzuholen. Nimm den mit. Nimm den mit. Ja. Ey, Yannick, wir sind so ein richtiges Dream-Duo. Äh, Flo? Habe ich schon eine lila. Echt? Echt? Ja. Hier. Echt? Wir müssen weiter zurück. Ja. Ja. Ja, aber ich auch als safe noch nicht. Aber wir sind da drin. Aber wir sind da drin. Safety chain greasy. Ja, ist Marc. Bleib mal stehen. Ich komm zu dir. Dankeschön. Ich bin froh, dass wir die Dosen nicht auf den Kopf geschmissen haben. Oh, Mann. Ich glaub, dass mir ein bisschen Schmerz hofft. Äh, noch neun Leute. Ja, ist mir auch gerade aufgefallen, dass... Ich hab nicht mit dir... Ich glaub, ich hab grad einen gesehen, oder? Wir sind sogar nur noch sieben, wenn wir uns abziehen. Ne, das war eine Kiste. Ich dachte auf den Pilzen, ein Gegner. Das war nur eine Kiste. Ja, ne, ich hoffe, allein zu fighten. Ja, ne, es wird gebaut. Da hinten. Adlauge Johnson ist wieder da. Ach, scheiße. Du hast nichts getroffen. Der war so knapp. Diese Schüsse. Da! Auf dem Stein. Ja. Ich bin eine Ziganer, Bruder. Ich greif dich jetzt an hier. Aber komm mal her, Daniel, Alda. Ach! Ach! Ach, das wird. Ich hab' den kraft. Ich hab' dem Kraft. Was ist das, Liger? Up and down. Lobby. Ich hab' den mal in 110. Ich hab' den mit, ich hab' den Kerl. Bobby, verpiss dich voll, dann. Heldschart 90-er. Gott will. Also der hat kassiert. Sehr schön. hat jemand in der ganzen runde ein sniper gehabt ich habe die ganze runde keine sniper und ich fühle mich nicht der streck kommt lasst mich in ruhe ich gehe mit dem wieder alles passiert hier das heißt sie können wir das knöpfchen drücken dann mache ich immer so eine markierung in dem video und dann weiß ich mal wo dann der schnitt eingesetzt werden muss lederkopf Ah, ha, 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 ha. Don't be a skinhead, come over, man. Ow, man, I guess. I gotta focus. Buster's open. We're in for a little workout, guys. I gotta focus. We're in for a little workout. Sehr schön. Buster konnte ich gerade gut gebrauchen. To the rescue! Whee! Whee! um man 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 Hey da Beck! Hangar! Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. Also ich kann noch so eine Chain, ich habe noch einen Slapgun im größten Notfall. Ein Auto kommt. Kuss auf mich. Wie sieht ihr das bei so einer dichten Zone, dass ich da lang renne? Ich da unten. Bei Wasser. Weiß ich gar nichts. Ich sehe auch nicht. Hab einen? Ich erkenne gerade so ein Gegner. Hab noch einen, glaube ich. Ja, habe ich. Oh, scheiße, ich muss so nach. Ja, ich auch. Es wird durch Sohn. Mag, ich kann die Heilung geben. Ich habe einen Flopper. Ich habe einen Flopper. Ich habe einen Flopper. Ey, hier bei mir schießen hier viel zu viel. Okay, ich kann mal. Ich kann mal, Lara. Lara, die Lebensretterin kommt. die frau für epische siege ok im buch hat granate das so und ich habe kein schluss hier ist so viel von dem bord die gaben ist das also ich habe noch genügend teilung zwei flotter 6 flash ich habe ein full lila loadout der pump lila snapper blauer r und goldene heilung leute ich habe bereits loben in ihrem teilung und zwei mit wochen wir brauchst löpfern es bräuchte auch ein ich bin nicht wollen das muss jetzt noch laden wenn ich das will wenn die nächste schrift macht und muss bei den richtigen oben so danke für den follow wurde eine dauerung die eine der eine sind toilette beide da und alle daumen super so ein zeit das war auch das wolfgang meine haben wir jetzt wäre ich wollte da kommt noch einmal daraus danke jetzt könnt ihr mich lieben juhu ich werde wieder mit dann kann ich bebooten ich bin mir da die krone die noch da liegt großartig erledigt ja wohl erledigt wir heilen einer stirbt direkt wieder muss das sein so funktioniert das ist teamwork so muss das eine goldene auto auto punkt die gönne ich mir aber mal direkt so jetzt ganz richtig losgehen das könnte doch ein epischer sieg werden also da bin ich doch relativ hier mal es lebt nicht mal mehr ein team ja aber auch drei können noch probleme noch man so gute taktik haben das sind die drei da sind die da sind die eines bleibt schon auf mich hilfe alter kompon 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 ja ich weiß da ist auch einer hier vorne ist einer weg sind am baum dreck der baum fertig und wieder was fürs best-off-video zwei mal wieder im best-off ich bin allgemein auf controller zu zocken ist angenehmer bei tastatur das ist so viele knöpfe wo du nicht weiß welcher für was ist aber wenn du es mal über ist dann ist super ja das auch aber ich sag mal so für sowas wie vor neid ist das okay da kannst du mit das atoma aus gut zocken aber sowas hier das spiel zu besser mit controller ja das ist angenehm das ist folge ist wird im moment auch oft gestreamt ich weiß auch nicht jetzt vor ein paar wochen kam es der push obwohl es das spiel schon so lange gibt ja es ist halt jetzt kostenlos geworden ist also das ist sogar englische leute da ich liebe diese mann ich muss auf zuschauer aus der skala draußen zu spielen kontrolle leute leute die kombination ist geil ich habe elf zuschauer und 111 follower das ist doch eine geile kombination ich habe schon gesagt auf einmal geht morgen übermorgen wieder live auf einmal so zehn millionen zuschauer die rechte seite vom tag ist kaputt das ist immer scheiß wenn eine seite vom exakt geht eigentlich ist es sogar besser damit die andere menschen aber ich wohne wohngruppe und ich habe besser wenn es jetzt noch gar nicht runter gefallen manchmal sieht man hier so schlecht was verdammt nein schon wieder man hat immer auch immer so zeitdruck man halt nicht will dass man verliert ich bin nein ich bin schon bei der letzten stufe also ich muss dann noch diesen anderen weg ist noch diesen rollweg dann bin ich durch und ich bin drin ich nicht ich muss wieder von алиger mit den weniger wenn man ein zugehen öfter sehe doch es sollte schaffen es noch am besten ganz nach ganz unten rutschen und dann in den goldenen kann man die aufgaben noch machen von vorwärter es kommt nämlich wieder neue drops für volks aktiviert ich habe den ich habe zwar nicht den skin aber ich habe den emoticon durchgekriegt was ja es kommt auf jeden fall was neues in nächster zeit habe ich schon was aktiviert weiß es ab jetzt nur das datum ich im kopf einfach später nachgucken fertig ist da was in arbeit ich kann das nicht ich habe eine taktik ausgefunden einfach nach unten und dann immer in den goldenen rings versuchen zu hechten es ist es auch verdammt ich habe es in den goldenen ring geschafft hat er gerade sechs punkte gegeben von einem goldenen ring noch bitte können lieber folge und dann in den goldenen brenz hechten am rand runter am besten ganz an die seite da kann sich runter ganz nach unten und dann in die mitte wieso gehen wir nicht einfach die seite sage ich doch geht dann ganz rechts oder ganz links geht komplett nach unten mit den goldenen hechten siehst du mag du bist recht an die seite von der map und ich würde die leute nicht packen versuchen jetzt kommt doch geschafft jawohl ich gebe euch ein tipp am besten ganz links oder ganz rechts und dann einfach unten immer in den goldenen viermal dann hast du es